Nummer 5 Amazfit Band 5 Schon der Name ruft ein unglaubliches Erlebnis für Smartband-Liebhaber hervor. Mit einem eleganten Design und einem erschwinglichen Preis ist dieses Gerät ideal für diejenigen, die ihre Gesundheit und Fitness überwachen wollen, ohne auf Stil zu verzichten. Dank einer Widerstandsfähigkeit von bis zu 5 Atmosphären kann das Smartband auch beim Schwimmen bedenkenlos verwendet werden. Und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Tagen müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihnen bei Ihren täglichen Abenteuern der Strom ausgeht. Aber das sind noch nicht alle Funktionen. Mit der Herzfrequenzüberwachung können Sie Ihren Puls während der körperlichen Aktivität verfolgen und erhalten so eine detaillierte Analyse Ihrer Leistung. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4 Das Xiaomi Mi Smartband 6 bestätigt sich als eines der besten günstigen Smartbands auf dem Markt. Mit einem Preis von weniger als 50 Euro bietet es eine Reihe von Sportfunktionen und Wasserschutz, die es für alle Ihre Aktivitäten geeignet machen. Die Stärke dieses Smartbands ist definitiv sein gebogener 1,56 Zoll Amulett-Bildschirm. Es hat nicht nur ein ergonomisches Design mit abgerundeten Kanten, sondern bietet auch eine Auflösung von 326 Punkte pro Zoll für außergewöhnliche Schärfe. Egal, ob Sie Ihre Benachrichtigungen lesen oder Ihren Fitnessfortschritt überwachen, die Bilder werden immer klar und detailliert sein. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Das Garmin VivoFit 4 ist ein unverzichtbares Smartband, das eine genaue Überwachung der täglichen Aktivität und des Schlafs ermöglicht und gleichzeitig eine komfortable Akkulaufzeit bietet. Sein Hauptmerkmal ist der austauschbare Akku, der es ermöglicht, lästiges häufiges Aufladen zu vermeiden und lange Ausflüge zu unternehmen, ohne sich Sorgen zu machen, dass der Akku leer wird. Mit einer Batterielebensdauer von einem ganzen Jahr ist die Batterie ein echter Gewinn. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Das Huawei Band 4 Pro ist das beste Smartband mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Mit einer breiten Palette von Funktionen und einem integrierten GPS bietet dieses Smartband eine hohe Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Eine Eigenschaft, die es wirklich einzigartig macht, ist die Tatsache, dass es als eigenständiges Smartband verwendet werden kann. Das bedeutet, dass es nicht unbedingt auf ein Smartphone angewiesen ist, um zu funktionieren, es sei denn, Sie möchten Smart Notifications auf Ihrem Gerät empfangen. Dies ist ein bemerkenswerter Komfort, vor allem für diejenigen, die lieber ohne das Gewicht und die Masse eines Telefons trainieren. Der integrierte Herzfrequenzmesser überwacht Ihre Herzfrequenz in Echtzeit und verfolgt die Qualität Ihres Schlafs. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 1 In einer Welt, in der Training und Gesundheitsüberwachung für viele Menschen unverzichtbar geworden sind, sticht das Garmin VivoSmart 4 als eines der besten High-End-Smart-Bands auf dem Markt hervor. Mit seiner breiten Palette an Funktionen und seinem ausgeklügelten Design ist dieses Smartband die ideale Wahl für Fitness-Enthusiasten und alle, die nach einer Komplettlösung suchen. Eines der Hauptmerkmale, die das Garmin VivoSmart 4 so beliebt machen, ist seine außergewöhnliche Akkulaufzeit. Das Gerät kann selbst bei intensiver Nutzung beeindruckende 5 bis 7 Tage lang problemlos laufen. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Sie sind von den Link in der Beschreibung. Die Konsequenz wird auf den Link in der Beschreibung. Vielen Dank.